Was ist wichtig, dass nach dieser ganzen Erfahrung mit dem Thema Flüchtlinge, mit dem Thema Flucht und so weiter, dass wir Hauptsache Menschen mit dem Anderen kommunizieren, mit dem Anderen reden. Es ist der erste oder der einzige größte Schritt, um Menschen zu integrieren, es ist, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Das heißt, nicht nur Sprachkurs oder Integrationkurse helfen, sondern mit den Menschen richtig kommunizieren, damit wir weitergehen können.